Jetzt gleich legt Bugs Bunny, unser aller Lieblingsnager, volle Möhre los. Und danach wird's dann so richtig steinzeitstark. Fred und Wilma sorgen für gute Laune. Wenn man zu Scharfes nimmt, kann es zur sogenannten Verminzung kommen. Ganz anders Tick-Tack. Tick-Tack ist die milde Taktik. Denn nur Tick-Tack hat das natürlich frische Aroma der Carmanjola-Minze aus dem sonnigen Italien. Tick-Tack, Tick-Tack ist die milde Taktik. Tick-Tack mit der frische der Carmanjola-Minze. Benjamin Blümchen als Cowboy. Eine spannende Geschichte aus dem wilden Westen. Mit Häufling schwarze Feder und seiner Enkelin rote Feder. Mit einem böse Wicht, einem süßen Kälbchen und mit Benjamins super Rüsselasso-Wurf. Benjamin Blümchen als Cowboy. Jetzt neu. Auf Video, Hörspielkassette und CD. Schön kalt. Mit Milch. Und mit dem tollen Nesquik-Schoko-Geschmack. Nesquik-Snack. Mh, der kühle Nesquik-Snack von Nestle. Barbie hat eine Überraschung für Shelly. Komm zum neuen Stall. Die Ponys freuen sich. Kümmere dich um Sweetie. Schon küsst sie dich. Öffne die Stalltür. Baby fühlt sich hier zu Haus. Lass uns heimreiten. Dein Futter wartet. Spiel was du magst mit Barbie. Barbies Reitstall. Das neue Zuhause für die lebhaften Ponys. Da gibt's so viel zu entdecken. Heute kommt ja dieser Austauschstudent aus Frankreich. Der schläft auch bei dir. Hallo, ich bin Pascal. Oh, ein Mädchen. Pascal, äh, ein Kaffee. Oh, wie? Und wie, das mit einem Duplo? Was ist Duplo? Ein Schokoriegel. Zum Kaffee? Ganz schön anspruchsvoll. Voilà. Ah, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind die lang. Mmh. Und ich dachte, deutsche Männer haben keine Fantasie. Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Und jetzt zeig ich dir dein Zimmer. Neues von Gagné. Ultra Beauty mit Aprikose. Brennt nicht in den Augen. Macht Knoten jetzt noch besser weg. Neu. Ultra Beauty Kindershampoo von Gagné. Du willst Nintendo-Spiele auch ohne Verlängerungsschnur unterwegs erleben? Probiere es mal mit dem neuen Gameboy Color. Urlaub hier machen nur weitgereiste Individuen. Listen. Oh. Halt. Geht's hier zum Strand? Oh nein. Geheim. Wir Top Ten Teddys sind jetzt mit dabei. In jedem siebten eins. Schluss jetzt. Wir Top Ten Teddys im Traumurlaub. Nur in Kinderüberraschung. Exklusiv. Slicer Munition. Wurfarm nach hinten ziehen. Zielen. Loslassen. Komm ins Slicer-Team. Hi zu Smarties TV. Viele von euch mal abschecken, wo Smarties herkommen. Okay, jetzt mal Augen auf und filmen ab. Drei Trillionen Liter Schokolade. Wow. 100 Gigometer Regenbogenfarben. Und ab mit den Knacken mal, damit es so richtig knackt. Jetzt sind's echte Smarties. Ups. Hm. Ciao. Viele Kinder, die Smarties. Nicht verzagen. Jetzt kannst du The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem neuen Game Boy Color spielen. Kinder Pinguie. Mit viel frischer Vollmilch gemacht. Könnte es auch einen Becher geben. So? Oder so? Nein, lieber so. In einer knackig-zarten Schoko-Hülle. Ohne Becher. Ohne Löffel. Kinder Pinguie. Ohne Becher, ohne Löffel. Aber mit viel Milch gemacht. Disney's und Pixar's neuster Hit, das große Krabbeln, läuft ab 11. Februar im Kino. Und bei McDonald's gibt's passend dazu acht lustige Käfer zum Spielen und Sammeln. Einen der zweiten vier. Jetzt mit jeder Junior-Tüte. Hey Leute, ich bin's, der Lutscher von Chupa Chups. Wisst ihr, warum ich kaum ins Bild passe? Weil es mich jetzt auch als XXL gibt. Doppelt so groß und doppelt so dick wie normal. Mit nem riesen Kauke mit drin. XXL-Lutscher von Chupa Chups. Das ist ein dickes Ding. Das ist zum Mäusemelken. Eines Tages wird es eine Welt geben, in der eine Maus herrscht. Sie sind nicht die schönsten, aber die klügsten Nager aller Zeiten. Ey, boah, ey. Ja, so kann man's auch aus. Pinky und der Brain. Heute Vormittag auf ProSieben. Alles andere wäre Käse. Boah, ey. Das ist die große, bunte Bahn. Ich schau dir alles hoch und farbig wach. Sie macht sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne mit uns lacht. Hier kommt ein superkühler Knall-Bombom. Da brünt der Wind, da geht es rund. Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, lachen ist gesund. Das ist die große, bunte Bahn. Ich schau und wir sind alle mit dabei. Das ist für jeden, was das wird ein Riesen-Spaß. Das Liebe geht die Bühne frei. Die große, bunte Bahn. Ich schau. Das ist die große, bunte Bahn. Wobei-Move- Pyram. Vielen Dank.